Was soll? Ups Wir haben... Wir müssen unbedingt mal... Ich war so schnell das Haus fertig und danach geh ich schnell irgendwo hin, wo es Lava gibt und dann mach ich schnell ein Portal Wir brauchen unbedingt Blaze Roads Warum? Achso, für mehr Energie Nee, damit wir nicht mehr so viele Dinge brauchen Kohleblöcke und sowas Ah, okay, okay Aua, jetzt bin ich in das Creeperloch reingefallen wo nicht von mir entstanden ist Ich dachte jetzt, das Dach wird danach voll cool ausschauen Oh Gott Schaut echt cool aus, glaub mir Ah, kannst du mir vertrauen Ah Ähm, jetzt muss ich was essen Und weiter geht's Kann man den Proorizer eigentlich irgendwie schneller machen? Ähm, nein Ich hab schon nach Overclock-Uprights gesucht, gibt's hier noch nicht Uh, wir müssen vielleicht mal schauen, aber ich weiß es nicht Oh, das ist mein Du kriegst du so viel Scheiße viel Zeug Oh, das ist mein Du kriegst du so viel Oh, Gesundheit Dankeschön Ah Warte, wir könnten ja eigentlich auch an Wir könnten ja auch zwei Pulverizer an einen Ofen anschließen, oder? Weil die Pulverizer sind ja langsamer als die Öfen Ähm Könnten wir ja, oder? Könnte man die Ja, dafür müsste man dann die Ausgänge und alles ändern Und wir müssen auch Z.B. müssten die auch dann Transport- Ähm, Ding machen Transportkabel Ja, das wäre dann auch nicht schlecht in nächster Zeit mal zu machen Ja, das machen wir dann alles in unserem Haus Machen wir dann fast alles automatisch Vollautomatisch Aber dann machen wir ein extra Haus, oder? Äh, ja, ist schon klar Ja Oh, das ist aber ein Lagerhaus, oder sowas Äh, außer der Scheiß Ach du Scheiße, da hab ich hier auch noch mehr Sachen drin Hehe Oh, holy fuck Ey, nicht umdrehen Ähm Ja? Ne, es hat grad nur wieder Geleckt? Nee, Gold, ich wollt Gold braten, oder Gold Du weißt schon was Äh Äh Denke, dass ich's weiß Also wir haben jetzt fast zwei Stacks Gold Und, das war's besser Ja, auf jeden Fall Wenn du willst, kann ich mal die Küsten sortieren, wenn du willst, wenn du willst Verbrauchst du aber nicht Verbrauchst du aber nicht Ne, jetzt ist ich grad schlecht Ich hab da noch so viele Kappeln und ganzen Scheißdreck dazu Ich wollte eigentlich mit Jonas Dinger zocken, MB2 Du? Ja Echt, hab ich das ausgemacht, oder was? Ja, wir haben ja nichts Ich hab ja gefragt heute früh, ob er Bock auf, wenn wir zwei hatten Und wir kriegen vielleicht Und dann kam nichts mehr Okay Ja, wir brauchen Also, später dann müssen wir auf jeden Fall Ähm Zwei Pulver Rice an einem Ofen anschließen Naja, ist schon klar Weil die Pulver Rice sind etwa Doppelt sind etwa Du weich was Äh Weiß ganz viel, stell dir vor Wir kennen doch eins Das ist ganz Ich ko-, Oraniumohr, kann ihn nicht braten Das ist ja auch schon fertig Ja, ich hab ja auch schon fertig Du kannst schon, wenn du willst anfangen, das Zeug rüberzutragen zu dem Haus. Nee. Fick mich. So, so, so und so und so. Na, leck mich doch, ich sitze Täter als nix. Lies doch einfach hier ein. Dann bringe ich dir auch gleich die Tasche rüber. Ich muss erst wieder spitzhacken. Wo haben wir Sticks? Hä, wo haben wir Sticks? Ja, warte, fahre noch. Wo, wo ich denn die Sticks hin? Ich hab sie nicht. Ich weiß, ich hab sie irgendwo hin. Du musst von einem Kunstwerk überwältigt sein. Ich hab die Sticks weg. Warum? Das weiß niemand so genau. So. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oh, jetzt regnet's. Da brauchen wir uns direkt Hammer. Mit Iron Carpenter Blocks. Wow, ich hab keinen Iron da. Juni, komm mal schnell zu Hause. Äh, nach Hause. Nicht zu Hause. Ja, komm mal kurz zu Hause. Äh, bin dabei. Creeperloch. Dumdilumdilum. Stinkt voll nach Schweißfüße. Keine Ahnung, warum. Wird jeder wissen. Ja. Oh Gott. Juli, wie viel Energieverbrauchst du gerade eben? Viel, warum? Löbe. Oh. Hahaha. Ähm. Hm. Alle, alle Sachen laufen halt durchgehend. Ja, das läuft nicht, sondern alles hier halt. Ich glaube, wir brauchen noch ein Steam-Denomo. Äh, ein paar mehr, oder? Nur eventuell. Ach, du Kacke. Egal, äh. Vor allem links produziert es nur die Hälfte, oder was heißt denn Steam? Was? Ganz links ist ja auch nochmal eine Anzeige. Ja, das ist die Power. Der gerade aufliefert. Warum nur die Hälfte? Ja, Renaudib. Die Hälfte an Power für alles herbekommt. Ähm. Ging ich's richtig nochmal, also mit drei Gold. Äh, ja noch drei Gold. Was willst du bauen? Ein Carpenter's Hammer. Hm. Guck mal drüben, guck mal drüben in die andere Kiste unten, das ist genauso voll. Na gut, da ist das Gold, das äh... Iron meine ich. Ich habe mir ein bisschen viel Sachen, oder? Nö. Alles gut. Was ist toll gemacht? Was hab ich zu schlagen? Ich wollte eigentlich dir aus meinen, wie glaube ich die Funden vier. Ich möchte mal sich mal meine magische Blöcke zeigen. Was für magische Blöcke. Nö. 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 sie haben keine Energie mehr ich weiß nicht, komm jetzt die Kommission ins Bett warte ich lass ihn mal kurz volllaufen komm jetzt ins Bett aber sogar die Map äh hält sich auf wenn es ins Spiel, wenn Blitze einschlagen damit die kurz hält Jolie komm jetzt schlafen ja komm ich kann los ja